Hey Leute, ich schau mir jetzt die ersten Wohnung an. Auf geht's! Berlin ist meine Heimat. Ich bin hier, seit ich ein kleiner Junge bin. Es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Fußball ist nicht für immer. Man kann das Geld ohne sich ausgeben. In der Bibelien machst du nie was falsch. Für mich war es immer wichtig, in die Zukunft zu denken.